Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video in meiner Serie IMAN-TV-Analyse. Und heute geht es um die Behauptung, Atheismus ist tot. Und wie so oft sollen wir das übernehmen, wozu IMAN-TV geistig nicht in der Lage ist, nämlich Argumente zu entwickeln, da es heißt, überzeuge uns vom Gegenteil. Na, dann sehen wir uns das mal an und analysieren, was uns da aufgetischt wird. Was mir als erstes aufgefallen ist, das ist eigentlich die völlige Unkenntnis, was Theismus und das Gegenteil, Atheismus, eigentlich ist. Ich musste also eine Pause einlegen und erstmal eine Erklärung erstellen, die Begriffe wie Theist, Atheist, Gnostik, Agnostik, Theismus, Atheismus und dann die Grundposition. Also kein Glaube an Götter, das heißt, er ist erstmal erklärt. So, das ist jetzt abgeschlossen und ich kann hier weitermachen, weil jeder, der meine Definition haben will, sie dort frei Haus geliefert bekommt. Und ich versuche mal, das hier oben rechts zu verlinken, falls es jemanden interessiert. Leider haben die Iman-TV-Apologeten davon keine Ahnung und produzieren hier ein ziemliches Chaos. Und das geht los mit, wir sind von Allah überzeugt, genauso wie ich überzeugt bin, dass hier eine Flasche ist, genauso wie überzeugt ist, dass ich mit Amir rede. Es ist ja super, dass wir direkt am Anfang auf das zentrale Problem stoßen. Überzeugung. Ich kann überzeugt sein, dass Aliens an mir sexuelle Experimente durchgeführt haben, voll überzeugt. Nur leider heißt das absolut nichts. Es muss nicht sachlich korrekt sein, nicht die Wahrheit sein und kann komplett durch Verblendung und Einbildung entstanden sein. Es gibt Menschen, die sind so überzeugt von etwas, dass sie sogar bereit sind, für diesen Glauben zu sterben. Egal, ob der berechtigt ist oder nicht. Die Frage für mich ist also, wieso soll ich etwas glauben? Was brauche ich dazu? Jetzt nur mal ein Beispiel. Im Video sagt der Typ, er redet mit einem. Ich habe ein Interviewvideo mit Most Arab gemacht, ohne uns zu sehen. Zu verschiedenen Zeiten. Jeder für sich. Was ich einfach hinterher zusammengeschnitten habe, als ob wir uns unterhalten hätten. Haben wir aber nicht. Und trotzdem sind viele überzeugt, dass wir uns so gegenüber sitzend unterhalten hätten. Sie glauben es. Und ich, als Skeptiker, mache das nicht. Ich glaube nur, wozu es einen guten Grund gibt, es zu glauben. Es kann also sein, rein theoretisch, dass das Video hier zeitlich und räumlich getrennt aufgenommen und später mit den einzelnen Leuten zusammengefügt wurde. Nur ist das unplausibel und mit riesigem Aufwand verbunden, weshalb ich von einer normalen Unterhaltung ausgehe. Aber ich denke rational darüber nach und betrachte Alternativen, was die Iman TV Leute nicht machen und eher durch Inkompetenz und Ignoranz auffallen und nicht merken, was für riesige Annahmen sie treffen müssen, ohne die Zusammenhänge oder Konsequenzen zu verstehen. Sie müssen überzeugt sein, dass ihr Lieblingsgott existiert. Und zwar so sehr, dass sie alles, ihr Leben, ja das ganze Universum als Theisten auf dieser einen Überzeugung aufbauen. Und ich als Atheist tue das nicht. Ich reagiere darauf, ich reagiere auf die Behauptungen und stelle selten selber festgemauerte Behauptungen auf. Und das bringt mich dann auch schon zum zweiten Argument, da die Aussage, ich habe einen Apfelbaum im Garten, von mir unkommentiert akzeptiert wird. Die Aussage, es sei ein 10 Meter hoher Apfelbaum, schon mehr und plausiblere Belege verlangen würde. Und wenn dann ein 100 Meter hoher Apfelbaum behauptet wird, ich diese Behauptung erstmal ablehnen und erheblich mehr Beweise einfordern würde, bevor ich das glaube. Das heißt, wenn ich das jetzt auf unser Thema übertrage, dass ich als Person erstmal die Existenz von den Abrahamischen Göttern samt ihrer Propheten ablehne, bis dass Beweise vorliegen. Super gute und hervorragende Beweise noch dazu. Ich frage mich eigentlich, wo sind die Streams der Atheisten? Oh, die Ironie. Also Islamapologeten oder Islamogeten sind meist feige, unsagbar feige. Wenn die nicht blockieren und stumm schalten können, dann sind die aufgeschmissen und trauen sich nicht etwas zu sagen. Und hier im Stream bei denen darf ich zum Beispiel nicht sagen, weil auch wenn es fünf oder zehn von denen sind, die zu viel Angst vor mir haben. Die Kiddies im Anas, keine Ahnung, Discord-Server, haben immerhin 15 Minuten ausgehalten, bis denen die Nerven durchgingen und ich dann gekickt wurde. Sie sind halt Feiglinge, ohne sachliche Argumente, weil der Islam einfach zu schwach ist. Ich hatte mal mit Ike für zwei oder drei Jahre jeden Sonntag einen Islam-Kafir-Livestream auf Deutsch, angelehnt an die Gin and Tonic Show, die ja auf Englisch ist. Und wo waren da die Muslime? Zur Feige. Wir haben andauernd Muslime eingeladen. Und es waren, glaube ich, zwei, die sich mal getraut haben. Die haben aber auch nicht kapiert genau, wie die Iman-TV-Leute, wie ein Atheist denkt oder wie er oder sie tickt. Die können einfach nicht kapieren, dass ein Atheist keine Forderungen stellt und keine Aussagen macht. Ein Atheist erklärt auch nichts. Warum kapieren die das nicht? Ich höre immer wieder, dass der Mensch, ohne Gottesglauben, keine Erklärungsfunktion hat. Ja, richtig. Der Koran erklärt noch nicht einmal, wie man Fahrradreifen pflegt. Genauso kann ich mich beschweren, dass ein Hammer keine Scheiben sauber kriegt. Das ist nicht dazu da. Nur behaupten die Apologeten hier, der Islam würde etwas erklären. Und tun so, als ob da irgendetwas dran sein muss. Ist nicht. Der Islam ist von vorne bis hinten verkehrt, wenn es um Beschreibungen geht. Er ist nutzlos, wenn es um normale Tätigkeiten geht. Und der ist gefährlich, wenn es um politische Aussagen geht. Außerdem ist der Koran ein einziger Fehler, wenn es um Beschreibungen geht, die empirisch überprüft werden können. Und daher gibt es keine mehr bekannte Behauptung im Koran, die sachlich richtig ist. Die man belegen kann. Wo sind die Atheisten? Wo sind die Atheisten, um mit uns zu diskutieren? Wir sind respektvoll mit den Atheisten. Wir sind empathisch mit den Atheisten. Und wir werden natürlich auch ihrer Meinung Plattform bieten. Mann, oh Mann. Wie kann man nur so dreist lügen? Ei, ei, ei. Er spielt mit dem Höllenfeuer hier. Da der Koran mehrfach Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit betont. Und er seinen Gott jetzt ganz schön sauer macht. Wenn es den gibt, hat er schlechte Karten. Also wenn du sagst, Gott existiert. Und als Atheist sagst du ja, im Gegensatz zum Agnostiker. Also Atheist sagt explizit, Gott existiert nicht. Naja. Und genau deswegen habe ich ja auch dieses Atheisten-Erklärvideo gemacht. Um diesen ... Ja, es ist primitiver Schwachsinn, um das zu berichtigen. Ein Atheist glaubt nicht. Und ein Agnostiker weiß nicht, ob es Götter gibt. Ohne eine einzige Behauptung oder positive Aussage. Ja, ich verstehe das nicht. Ich lerne und studiere jahrelang, bevor ich mich traue, etwas zu sagen oder in eine Diskussion einzusteigen. Und die Muslime hier sind völlig ignorant und haben nur ein großes Mundwerk. Ihnen fehlt das Schamgefühl, wenn man sie beim Lügen erwischt oder Behauptungen als völlig absurd entlarvt. Ich als Atheist habe keinen guten Grund zu glauben, dass Götter oder Göttinnen existieren. Also lasse ich es. Mehr nicht. Punkt. Ende. Aus. Ich schließe nichts daraus. Nichts. Das ist alles. Kein Götterglaube. Ich weiß, das ist eine eingeschränkte Sicht, nur eine einzige Facette eines Menschen. Ein Mensch, der sich im Augenblick nur auf eine Sache konzentriert, nämlich den Glauben an Götter. Und sonst nichts. Wenn ich hingegen als gesamtheitlicher Mensch mir sicher bin, dass die Abrahamischen Götter samt der Propheten nicht existiert haben oder noch existieren, dann tue ich das nicht als Atheist, sondern als Mensch. Das kann ich logisch und sachlich ausschließen als Mensch. Das hat aber nicht wirklich etwas mit meinem nicht vorhandenen Götterglauben allgemein zu tun, weil das nur eine einzige Facette ist. Und, naja, dass viele Atheisten von Islamogeten oder Islamapologeten körperlich bedroht werden und daher anonym bleiben müssen, das lasse ich mal unkommentiert. Obwohl, ich weiß nicht, warum die das nicht verstehen. Eben, Atheisten glauben einfach an einen nicht existenten Gott. Sie negieren Gottes Existenz. Naja, was soll man dazu noch sagen? Wie soll bitteschön da ein Mensch sachlich bleiben? Hier wird doch nur Schwachsinn verbreitet. Es wird gelogen und betrogen und auf alle möglichen Arten getäuscht. Und das Schlimme ist, es gibt Muslime, die dann das auch noch glauben. Weil es ja hier von diesen Personen vorgetragen wird. Die glauben denen. Die vertrauen darauf, dass die Informationen, die hier geliefert werden, stimmen. Aber es ist doch Blödsinn. Wie kann ich hier sachlich bleiben? Diese Heuchler tun immer so offen und nett, sind aber die Größten im Zensieren und sagen dann allen möglichen Blödsinn. Und wo der Typ das anspricht. Die Mutterfirma Aira hat mich neulich, als ich mal mit einem neuen Account unterwegs war, aus Versehen in einen Stream gelassen. Weil jemand mir gesagt hat, geh mal hin, die reden da über Atheisten. Aber die haben mich dann schnell wieder entfernt. Und dann den gesamten Anfang bis zu meinem Rauswurf nachträglich gelöscht. So viel Schiss haben die, dass die mit ihren sehr schwachen Argumenten durch rationelle Gegenargumente schnell widerlegt sind. Und das andere sehen. Und das könnt ihr nicht vertragen. Und ich habe das hinterher durch Zufall gemerkt und das dann dokumentiert und veröffentlicht. Besonders blamabel für die Jungs war, dass diese Thumbnail-Vorschau, wenn man unten mit der Maus dann über die Zeitschiene geht, dass die allen den Anfang noch gezeigt hat. Als ob ich teilgenommen hätte. Und da kann man auch sehen, dass mein Logo, also mein Avatar da drin ist und dass da auch sich bewegt wird, so als ob ich da rede. Aber das wird komischerweise nicht rausgeschnitten. Das bleibt. Aber andere Atheisten und vor allem Christen, die haben herzlich über die Dummheit von Aira gelacht. Hat sich auch nur einer von diesen Muslimen bei mir entschuldigt? Haben die in irgendeiner Form ein Schuldbewusstsein an den Tag gelegt? Ich brauche nichts weiter zu sagen. Und jetzt, die Iman-TV-Leute werden jetzt albern und vor allem, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber mir ist es aufgefallen, die widersprechen sich. Dass sie einerseits sagen, nur Leute mit Kamera kommen zu Wort und dann Nietzsche zum Sprechen aufgefordert wird, der aber keine Kamera hat. Nicht konsequent, ne? Ja, ich frage mich echt, wo die Atheisten sind. Leute, wenn ihr wirklich real seid, kommt in den Stream. Macht selber einen Stream. Ich bin der Erste, der joint, Bruder. Ich bin der Erste, der joint. Weil wir sind selbstbewusst und vollkommen überzeugt, dass wir die besten Argumente haben. Naja, mittlerweile ist vielen Atheisten die Lust an diesen heuchlerischen Iman-TV-Islamogäten vergangen. Und deswegen kriegen wir auch nicht mehr so einfach jemanden da rein. Und der eine Muslime, der prallt, wie er sofort in jeden Stream kommen würde und ich wette, er rennt im letzten Moment weg. Wie alle Muslime, die erst großartig den Mund vollnehmen und dann doch kneifen. Ich hatte zwei- oder dreimal sogar einen Imam angekündigt, der sich öffentlich mit mir unterhalten wollte. Der immer wieder gekniffen hat, der einfach nicht gekommen ist. Und dann, ja, dann hat er gebettelt. Ja, er will das aber doch nochmal machen. Ja, das hat alles nicht geklappt. Und die Großmutter und weiß ich was. Naja gut. Und als er dann beim vierten Mal erschien, was hat er gemacht? Der hat das Thema gewechselt. Naja gut, er hat trotzdem etwas alt ausgesehen. Und davor haben die Angst vor jemandem, der den Islam aus dem FF kennt und den man nicht so schnell einen Bären aufbinden kann, da er die Argumente schon zigmal widerlegt hat. Und das habe ich ja nun mal. Naja gut. Nach fast 20 Minuten stößt dann noch ein dritter Muslim hinzu und macht den Quatsch noch quetscher. Wenn mir das überhaupt geht. Er kapiert nun überhaupt nicht, was ein Mensch ohne Götterglauben ist und packt da alles Mögliche in diesen Begriff Atheist mit rein, ohne zu merken, wie lächerlich er sich hier macht. Als dann eine junge Dame als Ungläubige dazustößt, wird relativ schnell klar, dass die Muslime hier erst sehr dilettantisch agieren und zweitens das Ziel nur ein Sieg ist. Also anstatt zusammenzukommen und Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, geht es nur darum, weiter auseinander zu dividieren. Es geht nicht um eine Diskussion oder einen Austausch von Informationen, sondern nur um diesen Gotcha, diesen Moment, diesen Punktesieg, egal wie peinlich oder kleinlich. Die Muslime hier kapieren nicht, was ein Theist ist und was im Gegensatz dazu einen Atheisten ausmacht. Fabrizieren aber, ohne es zu kapieren, eine ganze Sendung darüber und behaupten auch noch, der Atheismus, was ein bescheuert da auch so, der sei noch tot. Dabei ist das völliger Blödsinn. Ich meine, ich als jemand, der keinen Götterglauben hat, ich kann ganz einfach innerhalb von Millisekunden vom Erdboden verschwinden und nie wieder so etwas sagen, in dem einfach nur irgendwo ein Gott sich manifestiert oder einer demonstriert wird. Da ist es egal, ob empirisch oder logisch oder was immer. Mehr braucht es doch gar nicht. Und alle Atheisten auf dieser Welt sind plötzlich weg. Puff, einfach so. Zu einfach ist das. Aber da braucht man doch nicht irgendwelchen Blödsinn zu erzählen und zu sagen, ja, der ist tot und blablabla. Meine Güte, ist das peinlich. Aber, naja gut, ich verstehe schon, warum die jemanden wie mich nicht dabei haben wollen, da ich das ja alles in wenigen Minuten völlig und komplett platt machen kann. Es sind simple, höchst einfältige Punkte, die hier vorgebracht werden. Da ist nichts dabei, was einen irgendwie herausfordern würde oder irgendwie, was da Intelligenz braucht. Das meiste geht sowieso am eigentlichen Thema vorbei. Es ist doch wirklich so einfach, den Nichtglauben an Götter abzutöten. Sofort, ohne Gegenwehr. Einfach die Dinger, ach, weißt du, stattdessen wird hier nur Beweislast, Umkehr und Zielverschiebung praktiziert. Da werden falsche Behauptungen erhoben mit unsinnigen und unlogischen Schlussfolgerungen. Es ist doch peinlich, warum machen die das? Drei Stunden, 45 Minuten wird hier so ein Mist abgeliefert. Na gut, also ich werde jetzt nicht weiter auf Details eingehen, weil ich könnte jetzt fast jeden Satz widerlegen, den die vorbringen. Es ist einfach zu primitiv und es ist ignorant und die Punkte sind einfach zu idiotisch. Und jeder Gast hier zeigt auf, wie idiotisch die Argumente sind. Das ist wie beim Schwarzen Ritter bei Monty Python. Die kapieren es nicht und reden immer weiter und denken, sie haben noch etwas zu bereden. Die haben keine Argumente und sagen immer, kommt zurück, Atheismus ist tot, Atheismus ist tot. Hat das Iman TV Video über den Islam und das einzig schlüssige Gotteskonzept jetzt irgendetwas erklärt oder geklärt? Nein. Haben sie die Aussage, dass der nicht vorhandene Götterglaube tot ist, irgendwie unterlegt? Überhaupt nicht. Und wie immer, alles was ich hier sehe sind Ausflüchte und Täuschungsmanöver. Hier wird nicht diskutiert, sondern nur taktiert. Eben, weil der Islam so unsagbar schwach ist und keine intellektuell basierten Argumente hat. Schade eigentlich. Ciao für now. Ciao für now.